hallo und herzlich willkommen auf kaliber 80 leute ich habe mal hier eine spc vorbereitet 84 plus mal 10 schauen wir mal ob da was raus springt bevor ich das ding öffne habe ich meine gewohnte bitte an euch bitte like das video und abonniert unseren kanal leute vergisst die glocke nicht zu aktivieren um immer aktuell dabei zu bleiben und jetzt werde ich das ding hier mal öffnen ich sag mal so spc futter vielleicht ist ja noch irgendwas geiles dahinter nicht schlecht nicht schlecht leute nicht nicht schlecht da ist wirklich genug spc futter immer gerne mit danke fürs reinschauen und bis zum nächsten mal leute ciao